Soll ich mal so reden wie ihr? Mein Gott, Reaktion, Jungfrau, boah, ey! Kannst du auch mit deinem Kugel veransammeln. So dass du die einzelnen Räume erkennen kannst. Wie oft er gucken kommt! Ja natürlich! Müsst ihr gucken, ob ich an den Hand schießt. Und dann gleich drei, da schieß ich schon, dann guckt er trotzdem noch mal! Was hatte ich denn? Ich hatte Skill-Draw und ich liebe Skill-Draw. Ich fände Skill-Draw immer auf. Alter! Nice! Hast du mir zugeguckt? Ich hab dir zugeguckt, der richtig schön, ey! Ich hab mich voll geirrt, dass er da nicht mal zugeguckt hat. Ich wollte erst auch grad sagen, Peter, wenn du jetzt wieder wie besoffener Opa schießt, ja? So jetzt? So jetzt gerade? Dann umdreht dich einfach sauber, der ist ein Räuliport. Ja, du kackten Opa. Das war der Tote. Scheiße, kam ich so schnell rum, der ist Ass-Bot. Der ist... Ah, der raus! Jawohl! Ja, ich hab's probiert, aber dann hab ich's nicht geschafft. Soll ich mal so reden wie ihr? Mein Gott, Reaktion, wie ein Sub-Nomo, ey! Ich werde in Stress so wenigstens nicht so rum. Weißt du, da war ich zu langsam, ja? Guck dir deine Szene von dem Helipotter grad nochmal an, ja? Die haben wir auf Video. Der steht unter dir. Der bewegt sich kaum, ja? Und wo stehst du hin? Der bewegt sich kaum am Arsch. Der ist nicht ganz besotzt worden. Ja, auf ihr. Der ist straight zur Treppe gelaufen. Und du machst selbst meine Oma hätte dem C-Visier folgen können, ja? Da hat die Brieke in der Hand. Oh Gott! Das ist hinten links in der Ecke. Dann hab ich schon tot, ja? Dann hast du schon mit der Ecke. Du doch auch! Ja, ich hab L5, ja? Oh Leute, aber noch... Ja, ich nicht. Was? Der Konzert ist ein Herz. Ja, warum willst du auch so schnell? Ja, weil ich bin Speedo-Peat. Speedo-Peat. Pedo-Peat bist du vielleicht. Guck mal, jetzt über Alanka haben einer, ja? Du hast nicht drauf geachtet. Ja, halt 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 da. Oh, wie du schießt, Junge! Ist das egal? Fick dich dran! Du riss mich auf gerade! Du sitzt auf dem Kran. Ja, Bram schießt echt scheiße. Egg Das ist der Amping. Ich werf mal ein paar Namen rein, irgendeiner stimmt schon. Etwa! So schießt man scheiße! Ja, vielleicht sollte ich ihnen nicht zugucken... Ohh Gott, Mama, schieße! Jetzt kann ich ja sehen, wie du geschossen hast und aufrecht play. Peter du musst halt... Du hast dich mal getroffen, du Bongo. Ja, wo hast du gehört? Ja, ich weiß. Hat er aber auch ein, zwei Sekunden gebraucht. Alter, er schießt so schlecht gerade. Das ist der absolute Hammer. Ja, deine. Ja, du hast gerade einmal getroffen oder so. Okay, die Granate trifft auch nicht. Oh, jetzt kommt er. Ja, Christian wartet auf den es verlassen Fehler. Wo war der? Da! Ja, Peter. Wie sauber der schießt. Wie sauber Christian schießt, weißt du? Obwohl er geflasht ist. Ja, Peter, der hält sich einfach wie meine Opa. Du hast deswegen noch mal Likes da, ja? Wenn ihr meint, dass Jay einen scheiß Spruch gebracht hat, einfach mal den Like-Button drücken. Ja, okay, das passt. Ja, oder wenn ihr meint, dass Peter da schießt, einfach mal den Like. Komm rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.